Du, das Lied darfst auf keinen Fall deiner Schwiegermutter zeigen. Lass es sein, das gibt Probleme. Die Schwiegermutter kommt nicht nur zur Weihnachtszeit und bleibt dann eine Woche hier, ich sauf mich wieder breit. Jedes Jahr, jedes Jahr, das gleiche Spiel und das wird mir ganz ehrlich manchmal zu viel. Ja, doch sie bringt, doch sie bringt, sie bringt Knete mit. Ja, das muss man dann ertragen und gib dir keinen Tritt. Jetzt weißt du, warum du das nicht deiner Schwiegermutter vorspielen darfst, ne? Äh, schöne Weihnachten! Hahaha!